Seit Wochen war der Superbowl-Auftritt von Popstar Wayana von ihren Fans sehnlichst erwartet worden. Und sie überraschte, neben einem fulminanten Auftritt mit vielen ihrer bekanntesten Songs zur Halbzeit, mit Baby News. Mit deutlich erkennbarem Bauchansatz präsentierte sich der Superstar vor Millionen TV-Zuschauern während des Finales der National Football League der USA. Ihr Sprecher bestätigte, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Die Superbowl-Halbzeitschau war Wayanas erster Auftritt seit gut fünf Jahren.